und und dann die liebe pizzi die hat sie das hier sehen werden ja guck so sieht sich jetzt auch oh mein Gott keine Ahnung nicht wirklich nein deswegen sitzen wir hier auch genau so wie immer boah die hässliche Rahmen sie sollte da hinkommen so gleich wenn die Gegner erstmal eiskalt überrannt aber die Taktik ist echt gut zuerst massenhaft Wachtürme platzieren dann Häuser und Dorfzentren platzieren dann dafür sorgen dass man immer genug Essen und alles bekommt durchaus auch einen Marktplatz platzieren Mann ey Deutsch und dann Kasernen bauen genau und dann noch die Flößen kriegen und dann mit 200 Axtkämpfern auf den Gegner zu rennen ja so kann man es natürlich auch machen dazu hat sich irgendwie gerade etwas gut mir was gemacht hat und wir haben es mir die Axtkämpfer angetan aber ne das liegt vielleicht daran dass sie nur vier Sekunden zum produzieren braucht so das Dorf wird befreit schicken wir mal schon hier die Einheit hoch ich hab keine Einheit die da hoch geht so bauen wir euch auch mal so ein heiliges Gebäude oh Gott oh Gott jetzt jetzt hab ich zu gespammt oh nein ich meine nicht die Chat sondern ähm ich hab jetzt auf alle Kaserne also auf eine Kaserne Doppelklick gemacht und jetzt ist die ganze rechte Seite voll mit Axtkämpfern ach so sieht's bei mir auch manchmal aus ne so sieht's eigentlich fast immer aus wenn ich mit den Griechen spiele sieht das geil aus wie so viele auf einmal produziert werden und zu einer Stelle rennen da kann ich einfach mal meine Ramme in Ruhe lassen meine Ramme so ich will ja falsche Wörter sagen hier so am Arsch ist die Dorfdorung und sowas ist nicht zu teuer wenn ihr kommt zieht euch doch mal zurück teuer ist ein Schatz das hilft mir wohl nicht viel Alter wie komm ich denn ins Dorfzentrum rein das ist jetzt eine sehr gute Frage Frage des Lebens ja genau die Freiheit des Lebens ja genau die Freiheit des Lebens Alter kann die Gegner mich doch einfach mal in Ruhe lassen Gogo meine Axtkämpfer macht sie alle fertig Boah ey jede Sekunde kommt dann neu ein halt ey ja hallo Axtkämpfer wo ist dann ja vielleicht Alter ich hab´s Dorf geerbt ja hallo Axtkämpfer ich hab´s Dorf geerbt man kann Dörfer erben ähh ja ja na was soll man glaube ich so denn ich hab die einfach bekommen die Dörfer ich hab´s doch mein Commander alter ihr seht dass da Priester sind weißte Ja, er hat sowieso nicht mehr und ich kann ja auch noch nicht sehen. Ich lass mich jetzt hier nicht zurückschlagen. Scheiße, ich hab mich zurückschlagen lassen. Scheiße. Ich bin mit dem dreifachen an Einheiten wieder, ist mal egal. Gib ich den Gegner als Wix nochmal richtig schnell auf die Fresse. Die Axtkämpfer machen das Dorfzentrum platt. So, die Toren kaputt. Wo können wir da noch hingehen? Tschüss Dorfzentrum. Was, ich krieg nur einen EP dafür, dass ich das Dorfzentrum zerstöre? Das war aber mal mehr. Ja, die gönnen dir das nicht mehr. Man kriegt ja dann wirklich nicht mehr EP. Microsoft hat sich da aber auch schon was gedacht. Am Anfang alles in den Arsch geschoben kriegen und dann... Und dann muss das Premium kosten. Ja, stimmt. Na gut. Aber... Irgendwie müssen sie das ja auch vermarkten. Mit Premium. So, Zoltan, hab mir das mal reichen. Kein Gold mehr. Ey, greif mein Dorf an. Doch nicht. Doch, greifen sie. Ah, jetzt heizen! Boah, geh nicht mehr auf die Nerven. Ja, überrennt doch das Dorf. Ey, das ist kein Problem. Das ist ein billiges Dorf, was wir nicht brauchen. Das tut auch nicht weh, wenn das weg ist. Es tut nicht weh. Wir brauchen hierbei fast nur ein Löffel mit den Kelten. Wenn man so weit ist, dass man in einer Allianz kommt, dann stetig oder ab und zu, was dafür kommt. Woher kommt die Imperiumspunkte von ganz alleine? Da im Cheshire wo? Wo? Wo kommen die von ganz alleine? Und der würde bestimmt auch antworten. Ja, bitte nicht schon wieder, ey. Wie letztes Mal, ey. Na, das war echt zu geil. Ich hab nicht auf jede Wo-Frage geantwortet, ey. Ich hab's echt nicht ge-peilt. Na gut, aber dieser Witz ist auch nicht wirklich bekannt. Ich weiß auch gar nicht, woher Max den überhaupt hat. Ja, das frag ich mich auch. Max, kannst du das bitte sagen? Äh, ich brauch gar keine. Level Up! Level Up steht ja wirklich auf der anderen Seite. Ja, sag ich doch. Du bestreitest alles, Jürgen. Ja, ich weiß. Puh. Sollt sich schämen. Wer ist das? Sollt sich schämen. Wer ist das? Bei mir ist das? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Er ist nicht. Sondern nicht. girl ist. Ich weiß nicht. Wir wissen nicht. Das ist alles. Alter, jetzt lass doch mal die Einheit, du... Alter, hab ich diese Einheit, schmiss ich mich irre. Ach, auch nur nerven können die Gegner. Aber Produktives machen die Gegner, auf die ich mich mal anrufe. Ach, da wär auch ein Eingang gewesen. Vielleicht hat man's mir auch gezeigt. Jetzt ist das Gebäude... Ja, hier haben wir ein bisschen geschafft. Hm, hab's auch gleich geschafft. Habe ich zumindest. Warum, jetzt gibt's ihm Dorfzentrum. Boah, ey, ich hab jetzt aber wirklich keinen Bock auf so ne... ...eine von diesen Drecks-Missionen. Warum denn? Ich hab's nicht mehr. Ich sammite jetzt echt... Ach nee, sammite nichts mehr. Kannst du grad irgendwas gebrauchen? Kupferbahn, Pinienholz, Brotterstein, Brotterstein... ...begrauchen? Also nicht hier. Ja, oder auf nem anderen Account, weil... ...da mein Inventar so schnell voll ist, werd ich dir das wieder zu sein. Ja, kannst du mir die geben, mal gucken. Kannst du immer eingesetzt werden. Was möchtest du eher haben? Also ich hab Kupferbahn, Pinienholz, Brotterstein, Blöcke, Korn oder Tierhäute. Such dir was aus. Ähm, äh, sch... Naja, okay, ich lieb das. Ich hab auf Schließen gedrückt, super. Und schaltet jetzt an, was Empfehlungspunkte sind? Toll, das freu ich nicht. Gibt man für die Mission Empfehlungspunkte? Gibt man doch gar nicht. So, die Basis ist auch komplett zerstört. Wann, ich hab hier nur so ne dreckigen Missionen, die ich wiederholen kann. Äh, du kannst nach Argos vielleicht schon gehen, ich weiß nicht. Das nehmen wir Söldner, Pikten, Plünderer, da... Argos, wo ist denn Argos? Musst du nach Griechenland? Also Griechenland. Also Griechenland, genau. Da rein. Da ist nur... Prestige, Insel und Sparta. Gut, dann hast du wohl noch nicht. Schade. Benutze die... einen kleinen Streibach, um Wachtürme in den verbündeten Dörfern zu bauen. Dann komm danach, aber erstmal gehe ich in die Hauptstadt. Mir ist gerade Aufnahmen kurz unterbrochen oder nicht? Pfff. So gut merke ich mir Sachen. Neue Technologien. Kein Meinstein? Neuer Meinstein. Höchgeschwindigkeit. Gold sammeln. Oder kritische Treffer von... Nämlich kritischen Treffer. Bist du dir sicher? Ne, ich tu nur so. Ich glaube ich probier nochmal das Kamelrennen. Oh Gott. Zwei Minuten, ja. Ja, in zwei Minuten. Weil ich krieg dafür... Ähm... Entweder... Jar, der Vagabund. Damit kann ich... Was aus... Was... Andere Sachen ausbilden. Oder... Ich nehm das Kamelflüsterer Hathor. Dann gibt's extra Schaden... Für Kavallerieeinheiten. Also es ist ne gute Belohnung, die ich dafür kriege. Kannst du mir kurz sagen, wie spät's ist? Ähm... 21 Uhr. Erst? Okay. Ja. Ja, das sieht man wie so Tobielos. Ja, aber Hobbylos... Also sind doch die Arten... Als ich für Tobielos ist das jetzt nicht bezeichnend. Wir machen das als Hobby. Da ausgelt. Blah, dafür sind doch die Abente da. Machen das aus Zwang. Man zwingt uns. Das hättest du gar nicht sagen. Das sind Zuschauerglauben. Nein. Durchaus. Vielleicht hab' nur drei Dorfbewohner. Hab' ich nicht eben mit dem Doppelten angehört. Mit... Mit das Doppelten. Man, nicht das Doppelten. Dem Doppelten angefangen. Alter, ich schick mein Doppel ohne mal die Front. Das kann nicht sein, ja. Meine Infanterie haut immer wieder ab. So, mal gucken, ob ich die Mission jetzt schaff'. Aber in zwei Minuten. Das ist ziemlich mehr. Ja. Ich bin halb raus. Ich bin halb raus. Überhaupt nicht übertrieben, wa? Nö, ach was. Aber ich glaub' ich hab's nicht geschafft hier. Er ist ein Dorf erreicht. Alta! Fickt euch! Jetzt kann ich die Mission gleich wieder abbrechen. Du will eine Einheit abbrechen. Nö, ich glaub' ich kann die Mission jetzt gleich abbrechen. Alta! Weil ich einen falschen Schritt gemacht hab Ja, ein falscher Schritt Und alles ist vorbei Bei einer einen Stelle Da sind so ein paar Typis, die da bewachen Und da muss ich ein Stück warten, sonst greifen die mich an Krieg ich eigentlich über... Leu, ich kann Wachtturm in einer Sekunde bauen Ich glaub, dass ich nicht durch den Hammer, weil... Das glaub ich irgendwie nicht Hallo, was macht die Kamele? Geh doch da rein Okay, das weiß ich Jetzt hat's grad wieder eben das Kamele anklicken, nicht funktioniert super Leuchte, ich muss das Dorf verteidigen aus Okay, das schaff ich wieder nicht Und es sind wieder nur so ein paar läppische Sekunden Das sind die, die ich verfreudet habe bei diesem anderen Scheiß Eine Sekunde vorbei So Beim nächsten Mal geh ich glaub ich auf den richtigen Weg, und hier falsch Ja, ich bin grad den Fernsehweg gelaufen Verwachtturm für Nachrichten, war nicht gerade schwer So, da haben wir auch schon Priester, der mir auf die Eier geht Das darf doch nicht wahr sein Was? Mal bleibt dieses hässliche Kamel stehen und mal nicht Das ist so Ja Oh Nein Diese Zufälligkeit, das kann's doch nicht sein Okay, das siehst du ja Alter, wie viele Einheiten da haben Die krieg ich nicht, die sind einfach dauernd Aber ich krieg jetzt nur ein Zufall Oh Cack So, ich muss Strategie vorgehen Oh Gott, ja genau, ist überhaupt nicht übertrieben, was wir angreifen Oh, okay, ich hab ne starke Einheit, wir kommen jetzt schon wieder totes Fast totes Kommt, überlebsen, überlebsen Scheiße 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 Okay, den Anfang Ja, Priester halt euch mal gegenseitig Nichts dagegen Ich schenke noch ein bisschen Ton da So, diese Mal mach ich jetzt nicht den gleichen Fehler an, bis er kurz ist Ja Hier werbt hier Diese Spass ist auf mich nicht sehen Ich geh zur Strategie vor Also nicht alle auf einen losrennen, oder alle rein rennen, sondern Nicht rein rein Tch Nicht, die Stor Stars Das ist doch überhaupt nen Sinn Ist das überhaupt n Story Ist das überhaupt n Story Kein, der ist von alleine Kannst du so was von abschminken, dass du dich von alleine heilst Die Dorf ohne, ihr könnt' die auch mal abschminken, dass ihr angreift Wie soll ich das schneller schaffen, bitte? Oh Gott, was ist denn das Spiel denn dabei? Jetzt gehen die Priester auf die Einheiten los Ach, kämpfende Priester sind schon lustig Ja, genau Zwei Sekunden noch Zeit Wie soll ich das denn bitte schneller machen? Das ist vollkommen unmöglich Jetzt sind sie Argo Jetzt, jetzt, jetzt Okay, so, Mission auch geschafft Ich hoffe, es kommt nicht gleich noch so eine Riesenarmee Dann rennen die fähiglich mit dem Gegner hinterher Nee, das ist der Grenz nicht mehr Komm, Mission geschafft, bitte Bitte Ich kann gerade... Eintragung mit deinem noch eine Einheit Der kann doch nicht wirklich sehr ernst sein, ey Setze mal Fähigkeit ein, meine Lebenspunkte Guck mal, Freunden von Transportstoff, was eigentlich freundlich gesinnt ist, schickt Truppen, um mich zu vernichten Sind los Erbo, schützlos, steh dich mal dran auf Komm, dat warst du jetzt Bitte Ja Oh, wieder eine Mission geschafft Learn to play Das schreibe ich jetzt nicht im Chat, learn to play Nein, ich denke, die wird noch viel Oh Sei geist, tun wir unser Bestes